In LibreOffice 5.1 enthält IMPRESS einige neue Funktionen, die Ihnen helfen, bessere Präsentationen zu erstellen. Zum Beispiel können Sie nun die Breiten und Höhen von mehreren Objekten angleichen. Wählen Sie die Objekte aus, öffnen Sie das Kontextmenü, wählen Formen und eine der Angleichen-Funktionen aus. Ein neuer Button-Anzeigermodus wurde hinzugefügt. Mit diesem können Sie schnell zwischen dem Bearbeitungsmodi und dem Mastermodi wechseln. Wenn eine Folie ein Hintergrundbild hat, können Sie jetzt das Bild über eine Option im Kontextmenü speichern. Wenn Sie mit erweiterten Formen arbeiten, können nun die Details der Kontrollpunkte über das Kontextmenü Position und Größe eingestellt werden. Das ergibt eine viel genauere Kontrolle, als mit dem Mauszeiger an den Kontrollpunkten zu ziehen. Schließlich gibt es nun einen Button auf der Bildschirmpräsentationskonsole, um den Timer von einer Diashow neu zu starten, ohne Neustart der Diashow selbst.